Hallo meine lieben Freunde, ich bin's die Irene und heute feiern wir Halloween! Na Peppa, sind unsere Bonbons fertig? Na aber natürlich doch! Ähm und wo sind sie? Na hier in den Kugeln! Ach so, das sind wohl Überraschungskugeln oder? Nehmen wir uns die mal! Na, das hab ich mir doch gut ausgedacht, oder? Das hast du dir aber toll ausgedacht! Was ist denn da drin? Da klopft jemand! Johoho! Süßes oder saure? Hallo Skelett! Na wir hätten hier was für dich! Hm, ich mag diese Bonbons total! Hier hast du ein paar M&Ms! Ach, das ist so nett von euch! Mh, und das probier ich! Mh, 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 mh! Oh, oh! Oh! Oh, Skelett! Wieso konntest du das Bonbon nicht aufessen? Peppa, ja, weil das Skelett keine Organe hat! Wo sind die übrigens? Die Organe? Äh, ich glaube ich hab meine Organe in dem Grab gelassen! Peppa, das klingt wie ein tolles, gruseliges Abenteuer! Komm, wir gehen auf den Friedhof! Hier ist mein Grab! Oh, alles klar! Na dann lass mal ausgraben! Mh, das ist ja wie im Sandkasten spielen! Hehehehe! 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 Wahahahahahaha! Hehehehe! Irene, wir haben sie gefunden! Oh! Irene, bloß nichts vergessen, okay? Ja! Und die letzte Lunge! Oh, ich glaube wir können gehen! Komm Skelett, gleich bauen wir dich wieder zusammen! Puh, na da wären wir! Bist du bereit Skelett? Äh, ja, ich würde sagen wir sind bereit! Erstmal nehmen wir den Brustkorb ab. Peppa, halt mal fest! Oh, wie toll! Hihi! Na, geht's dir gut soweit? Oh, ganz in Ordnung! Wir fangen mit den Nieren an. Darüber kommt unser Dickdarm. Über den Dickdarm ist der Dünndarm. Jetzt setzen wir die Lungen ein. Jetzt setzen wir die Lungen ein. Hier kommt unsere Trachäe. Jetzt das Herz. Es ist immer auf der linken Seite. Die Gallenblase nicht vergessen. Hier kommt der Magen. Und die Leber. Und die Rippen nicht vergessen! Hey Skelett, ich glaube, wir sind fertig! Mh, jetzt habe ich aber Lust auf Bonbons! Ich habe auch schon was Süßes für dich! Oh! Mh, nom, 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 nom! Na Skelett, hat's dir geschmeckt? Ja, endlich habe ich den Geschmack gefühlt! Dankeschön! Das freut mich total! Hey Pepper, es wird Zeit, dass wir auch Süßigkeiten sammeln gehen! Komm! Ja, Süßigkeiten! Klopps, 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 klopps! Ahaha, wer ist denn da? Hey Linus, Süßes oder Saures? Einen Moment! Oh, Dankeschön! Und du, sammelst du auch Süßigkeit dann Halloween? Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und folgt diesem Kanal! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Tschüss!